So Leute, es ist endlich soweit. Albas Structure Deck ist da. Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Team Millennium Kanad. Und heute ist es endlich soweit. Seit gestern ist Structure Deck Albas. Strike ist draußen und ich habe mir drei bestellt. Ich hoffe, der ist besser. Drei ist noch besser. Und wir werden heute das Ganze einfach mal anschauen, welche Karten sind da drin. Da sind ein paar coole Reprints-Karten drin. Und werden wir gucken, was alles drin ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Da sind ganz viele Sachen, die zu Lesbia-Thema passen. Das heißt, das wird sehr interessant. Ich würde sagen, ich lasse euch nicht mehr lange warten. Wie immer, let's go. So Leute, wir sind hier. Da, so sieht das aus. Structure Deck Albas. So, ne? So, jetzt, ich würde sagen, wir machen es einfach auf. Ich kann es schön aufmachen, aber rein. Muss wohl kaputt gemacht werden. So, da haben wir es. Wir haben hier ein Spiel-Matte. Oder Spiel-Dings. Wie auch mal man das nennt. So sieht das aus. Auf der anderen Seite sind ja dann die Karten. Und sieht ziemlich cool aus. Aber, noch cooler ist natürlich die Karten da drin. Ich mach das einfach kurz hier vorsichtig auf. Wir haben hier einmal so ein Battle of Chaos. Wir haben so ein Duel Link. Ich fange einfach nach dem einen und nach dem anderen an. Und zwar, die erste Karte ist Star Brigade Mercurier. Gefügelst du ungeheuer? Und wenn dein Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, solange du einen Fusion-Monster kontrollierst, das Gefallene von Albas als Material erwähnt. Schnell-Effekt. Du kannst diese Karte von deiner Hand oder offen von deinem Spielfeld auf dem Friedhof legen. Annulier den Effekt. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst deine Hand eine Gefallene von Albas oder einen Effekt oder einen Monster, das ihn erwähnt von deinem Deck hinzufügen. Außer Star Brigade selber. Du kannst jeden Effekt von Star Brigade nur einmal pro Später aktivieren. Joa. Ziemlich OP. So, nächste Karte. Da haben wir den Bringguns Kit. Das sieht wie Star Brigade Kit aus. So, was macht sie? Ungeheuer, falls du ein Fusion-Monster, das Gefallene von Albas als Material erwähnt, auf deiner Spielseite und deinem Friedhof hast. Du kannst diese Karte als Special von deiner Hand beschwören, falls diese Karte als Normal-Special-Summon beschwören wurde. Du kannst einen deiner markierten Zauber oder Falle, also diese Branded Red, Branded Opening, der oder die verbannt ist, oder sich in deinem Deck oder Friedhof befindet, deine Hand hinzufügen. Dann lege eine Karte von deiner Hand unter das Deck. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Später aktivieren. So, die zweite Karte. Die dritte Karte. Die Goldene Schwertseele. So, die Goldene Schwertseele ist, wenn ein Monster einen Eingriff deklariert, du kannst diese Karte als Special von deinem Hand beschwören. Falls du dies tust, annulliert den Eingriff, dann falls du ein Fusion-Monster kontrollierst, das Gefallene Albas als Material erwähnt, kannst du das Monster zerstören, das eben Eingriff deklariert hat. Falls ein Monster offen verbannt wird, außer während der Damage-Step, ihr kennt's, ich kann nicht reden, du kannst diese Karte von deinem Spielseite oder deinem Friedhof verbannen, beschwöre ein Licht-Hexe-Monster, dessen ATK seinen eigenen Def entspricht, oder entsprechend ein Special von deiner Hand oder von deinem Friedhof. Du kannst sie einfach in der Anrufe bespüren. Jetzt kommen wir endlich mal zum Fusion. Albas hat ganz viele Fusion-Karten. So, Fusion. Spiegeljahr der Eisklingendrache. Das ist eine Gefallene von Albas plus ein Fusion-Synchro-Exi-Oderling-Monster. Was macht der? Du kannst ein Spiegeljahr der Eisklingendrache kontrollieren. Also du kannst nur. Einmal pro Spielzug schnell-Effekt, du kannst ein Fusion-Monster das Gefallene Albas als Material erwähnen, vor deinem Extra-Deck auf den Friedhof fliegen. Verbanne ein Monster vom Spielfeld. Zusätzlich kann dieser Effekt, diese Karte im nächsten Spielzug nie verwenden werden. Falls dies als Fusion-Beschwörung beschworene Karte, die ihr Besitzer kontrolliert, das Spielfeld durch eine Karte eines Gegners verlässt, du kannst während der Endphase dieses Spielzuges alle Monsters erstellen der Gegner kontrollieren. WTF? Junge. Das ist ja unnormal heftig. So. Jetzt kommen wir zu Lubeleon, der sengende Drache. Was macht er? Ein Fenstermonster und ein Gefallene von Albas brauchst du? Manchmal brauchst du das überall, der Loot. Und falls diese Karte als Fusion-Beschwörung beschwören wird, du kannst eine Karte abbeführen, beschwöre ein Fusion-Monster, der Stufe 8 oder niedriger als Fusion-Beschwörung von deinem Extra-Deck, außer er sich selbst, indem du das auf ihm erwähnte Fusion-Material von deinem Monster auf dem Spielfeld, dem Friedhof oder offen verbannte Karten ins Deck nicht. Für den Rest dieses Spielsug, diese Karte kann diese Karte nicht eingreifen, zu dir kannst du kein Monster als Special von Extra-Deck beschwören, außer Fusion-Monster. Das Spiel-Deck ist ja nur Fusion-Monster-Gefühl, also ist das eh egal. Du kannst es im Endeffekt von der Karte nur einmal pro Spiel zurück. Dann haben wir hier markierte Fusion, das ist die erste Super-Rail-Karte. Beschwöre ein Fusion-Monster, das Gefallene von Albas als Material erwähnt, als Fusion-Beschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür zwei Monster von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Spielfeld als Fusion-Material. Du kannst in diesem Spielsug, indem du diese Karte aktivierst, kein Monster als Special vom Extra-Deck beschwören, außer Fusion-Monster. Du kannst einmal pro Spielsug die Karte. Das ist krass. So, dann haben wir hier markiertes Schwert. Verbanne eine beliebige Anzahl von markierten Zauber- oder Fallenkarten von deinem Friedhof. Beschwöre so viele eisklingende Spielmarken der Stufe 8, bla bla bla, als Special. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbanen und dann eine deiner verbannten Monster wählen, das Gefallene von Albas ist oder ihn erwähnt, füge das Monster in deine Hand hinzu. Du kannst nur einen Effekt von dem markierten Schwert pro Spielsug verwenden und in diesem Spielsug nur einmal aktivieren. So, markierte Vergeltung. Markierte Vergeltung sagt, wenn ein sauberer oder fallender Monster-Effekt aktiviert wird, die oder der einen Effekt enthält oder ein oder mehr Monster als Special beschwört, lege ein offener Fusion-Monster, das du kontrollierst oder zwei Fusion-Monster in deinem Friedhof, das oder die gefallene Albas als Material erwähnt und dann extra 6 zurück und falls du dies tust, annuliere die Aktivierung. Falls du dies tust, zerstöre diese Karte. Du kannst die Karte von deinem Friedhof verbanen und anmarkierte Fallen- und Sabor-Karte von deinem Friedhof wählen, außer sich selbst. Dann kannst du dazu einfach wo ich spielst, aktivieren. So, dann haben wir natürlich der Gefallene von Albas drin, Albion, das war auch in Dawn of Majesty drin, dann haben wir Dogmatiker, die Ritterlich, die gibt es auch, glaube ich, ein Secret-Print, was auch relativ teuer ist. Dann haben wir hier finstere Metalldrache, Donnerkönig, der Blitzschlag, Kaiju, dann haben wir hier, ach, den habe ich auch, glaube ich, noch Rare gibt es die, glaube ich, Chaos-Drache, Levianium, und dann haben wir Radian-Kaiju, wir haben Sense, hoffentlich wird der E gebannt, dann haben wir hier weißer Drache, Lindwurmstrahl, dann haben wir schwarzer Drache, Kollabstrahl, und dann haben wir hier Sternen-Vasal, dann haben wir Hüter der Drachenmagie, Beschwörer-Mönch, jetzt kommt, erste richtig gute Karte, Geister-Oga, und Schneehase, das ist ein richtig guter Reprint, da kommt der zweite, Effektverschleier, oder Verschleierin, das war praktisch zur Seite, dann haben wir hier Omnidrache, dann haben wir den markierten Verlust, weiß markiert, markierte Verbindung, Fusionsturm, Fusion, äh, Fusion-Recycling-Anlage, ist ein witziger Name, Fusionsersatz, dann kommt hier Tochter-Extravaganz, vom Grab gerufen, dunkle Herrscher, also kein dunkler Herrscher, mehr Schreider markierte, dann haben wir hier einige Fallen-Karten, und dann haben wir hier nochmal vier Fusion-Karten, die auch alle Gefallen von Albas brauchen, Gefallen von Albas, und Gefallen von Albas, und Gefallen von Albas. Das heißt, alles funktioniert mit dieser Karte, und diese Karte haben wir, hat man als, in Ancientin 2020, äh, 2021 war ja drin, so, was sind die das? Albas, der Verschleier, diese Karte kann nur, kann als eine beliebige, spürte Szenen-Marke verwendet werden, bezieht sich, sein Name, auf einigen, Fins, das gehörte sich, das genauso, also da waren ja doch die Spielmarken. Ich muss sagen, dass schon, erstmal die Monster, die wie ganz am Anfang, alles durchgegangen bin, die sind, ziemlich krass, also wirklich, das ist heftig, das sind krasse Effekte, aber, das sind wirklich sehr, sehr krass, aber, Tatsache, dass du in ein Structure Deck, wo alles immer zu 100% immer drin ist, ein kein dunkler Herrscher mehr, vom Grab gerufen, Top der Extravaganz, Effektverschleiererin, und der Geistergeurger und Schneehase findest, das ist heftig, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man den Wert von diesen Karten, alles zusammen rechnet, die sind weit über 7 Euro, die ich glaube ich, auf ausgegeben habe, ich hatte ja Pre-Order gemacht, das waren 7 Euro, ich glaube jetzt sind es 9, oder 9,50, irgendwie sowas, aber, krass, muss ich sagen, das ist wirklich heftig, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auf eure Meinung, quasi wie ihr, wie ihr das Deck findet, weil ich finde das ziemlich cool, deswegen habe ich auch, also 3 geholt, weil ich wollte von diesen Karten, die jeweils ein Playset haben, weil davon habe ich halt keine, und deswegen, dachte ich mir so, komm, 3 mal, kann man machen, und wenn man auch irgendwann, wenn ich mich irgendwann dazu entscheide, dass ich halt die, bzw. das Deck spiele, ey, warum nicht, dann habe ich die Karten, dann muss ich ja nur noch das, was fehlt holen, aber wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, wie ihr diese, dieses Structure Deck findet, ich persönlich finde es richtig geil, also, in den Kommentaren mit euch, für die Algorithmus, und wie immer, falls ihr meine Videos feiert, wir hatten gerade kurze Schwierigkeiten hier, Akku von der Kamera ist ausgegangen, ich muss das mal aufladen lassen, also nochmal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, lasst ein Like da, und abonniert werden den Kanal, lasst uns mal zusammen, gemeinsam, dieses Jahr die 1000 Abonnenten schaffen, und ich freue mich drauf, ich hoffe, dass es dir gefallen hat, wir sehen uns, Schocknade, Bis zum nächsten Mal.